Die großen Fremdas kann ich nicht fängen. Nach dem Run bin ich noch kurz Brötchen essen. Meine Mutter war heute auf dem Geburtstag von dem Vater von meinem Stiefvater. Und sie meinten, die bringen was zu essen mit. Aber dann haben die nicht zu essen mitgebracht. Fand ich schon nicht so nett. Weil es gerade einfach die Dings gedroppt und du ignorierst das. Just a casual Cups drop. What the fuck? Was gedroppt? Nein! Ja, jede Season ein Narrow, ja klar. Seit ich schon Hellcounter gelaufen. Ja, aber muss ich noch mal. Langsam halt ist auch weniger RNG, sondern einfach halt. Dann kommt man näher an die Statistiken dran. Glück hast du. Oh, Glück hast du halt. Was ist das? What the fuck? Casualer CD-Farming oder was? Oh, Wacomorance. Also mit Maps, ich komm... Oh! Alles Gute. Gut, wir haben ein Hubert Series Set.